ja ich habe heute auch ich habe heute auch erst mal erst mal das gemacht wo wir wo wir schon einige einige male darüber diskutiert haben ich war heute auch mit mit migi im büro war auch ganz kurz am anfang mit dabei wir haben sehr schnell unsere sachen abgedreht haben sehr viel abstand voneinander gehalten und das hat auch alles soweit funktioniert und sind dann alle direkt wieder nach hause gegangen weil wir uns ja alle sie ihr vielleicht mitbekommen hat vielleicht nicht wir haben uns ja alle jetzt über 30 tage selbst isoliert weil wir noch im ausland waren und haben jetzt nur wie und ich ein wenig die wir haben nicht angefangen zu also eigentlich arbeiten wir nicht richtig drehen eigentlich nur und dann geht's ab was mit dem strich strich kommt jetzt jonas mutter ist negativ jetzt genau sonst hätten wir es nicht gemacht also ganz komisch jonas oma hat ja ist positiv denn das oma ist positiv getestet worden und irgendwie also waren sich nicht sicher wegen der mutter ob die das vielleicht auch hatte weil die die oma auch gesehen hat aber die mutter ist negativ getestet worden auf corona und das war die einzige person die trainer kurz gesehen hat in den letzten 30 tagen also hat nicht corona und der opa von joanna der mit der oma zusammen wohnt und der hat auch keinen der ist auch negativ getestet worden und keiner kann so richtig nachvollziehen woher die oma von joanna corona jetzt hat weil die war ja auch nicht draußen und so ganz komisch also das ist auf jeden fall noch mysterium was sich zu dingsen gilt aber wir sind alle am start joanna war auch einkaufen für die videos und alles drum rum auch mit maske und schutz sachen damit da auch so viel wie möglich gemacht werden würde und dann ist das alles jetzt sehr 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 langsam und bedacht angelaufen und so lassen man es jetzt auch erstmal in dem stadium um ist auch zum glück negativ getestet worden die war noch in österreich wo es so krass war crazy gerade vom einkaufen zurück geht die oma symptome sonst vielleicht falsch positiv getestet worden also dies auf jeden fall im krankenhaus ich habe nichts nicht so den deep talk mit joanna gemacht möchte auch nichts falsches kommunizieren aber anscheinend dann wenn du im krankenhaus bis vielleicht vorsichtshalber ich weiß es nicht also ist auf jeden fall alles okay gerade ja schon mitbekommen die brände in den wäldern von chernobyl ja alles nur noch ein desaster alles nur noch ein desaster aber wie gesagt bei uns hat das jetzt einigermaßen was hat sehr gut funktioniert hat jetzt anderthalb stunden gedauert in der zeit hatten wir zwei videos komplett durch ansonsten gab es noch einen mini talk auf distanz da in einem zimmer da auf dem flur ich in der mitte wie wir wie wir das alles wie wir das alles handhaben die nächsten tage ja und der zit und dann sind wir halt direkt wieder nach hause gegangen alkohol tötet coronaviren ab ich arbeite heute mal daran was machst du den ganzen tag eigentlich nur arbeiten ganz viel und ja dass das hilft hält den kopf so fresh waffeln mein lieblings food absolutes gegenteil davon absolut absolut nicht also naja ich bin mal gespannt wie sich das noch wie sich das noch weiter einpendelt aber schauen wir mal schauen wir mal wie dir wie das ganze thema weitergeht interessant ist es auf jeden fall heute wieder heute zwei stunden bis 21 uhr 59 könnt ihr sicher sein ich bleibe bis zum letzten bis zum letzten moment bleibe ich da mit dem rosinenbrüchen und mit leberwurst so wie es sein sollte ich soll jetzt eigentlich für dein für das für das für das abi lernen aber ich kann den streams nicht widerstehen du musst lernen für das abi schnell tue es bald vorbei heute noch im garten gesund ja ich fand es irgendwie ein bisschen belastend ich muss es ich muss es immer mal wieder immer mal wieder sagen also ich habe jetzt ich bin jetzt schon seit anderthalb jahren in in dem büro drin und habe jetzt ein jahr vorher schon mal einen sommer gehabt im im büro also ich kenne ich kenne den weg aus letztem jahr ich bin jetzt extra weil ich auch ein kleiner paranoider spack bin mega umwege gelatscht über seitenstraßen und kleinere straßen ähm ich habe noch nie so viele leute gesehen die mir entgegen gekommen sind ich bin im prinzip also ich habe es ja schon mal gesagt ich wechsle halt immer straßenseiten ich bin so para ist ja zwei meter abstand so aber ist ich seitenstraßen so ich bin wie ein ping pong ball durch diese straßen da geeiert und es hat mich es fack mich ab und es fack mich und es fack mich ab und es sind nur leute das ist so krass richtig krass dankeschön für den twitch primes ab das ist das schon schon belastend also keine ahnung vielleicht ist auch nur weil man so vermehrt darauf achtet aber so gefühlsmäßig war ich richtig abgenervt gerade also so fucking viele leute ich war so ich war so so angenervt und dachte mir nur so irgendwie keine ahnung so ich keine ahnung dafür dass hier irgendwie alle zahlen so zurückgehen so biert also ich möchte jetzt auch nicht mehr nicht mehr denn keine ahnung ich gehe so sicher dahin wie es wie es ist und dann gehe ich da so sicher wieder zurück wie es ist aber ich finde es irgendwie keine ahnung übel interessant es sind gefühl mehr leute da draußen als sonst ja okay wenigstens nicht wenigstens nicht der einzige der das feeling so hat wir machen heute reactions höchstwahrscheinlich nur ich glaube ich werde heute wenn dann nur einen ganz kurzen einblick in animal crossing schaffen wir ansonsten nicht bei mir waren heute auch relativ viele leute unterwegs im gegensatz zu den letzten wochen heute war es hier super zwar sauviele leute draußen aber höchstens zu zweit viele trotz mit abstand war echt positiv überrascht nice auch durch mein papa hat seit drei vier wochen krank und aktuell hat er eigentlich alle corona symptome die es gibt und offiziell ab heute habe ich schiss weil er nicht getestet wird ja dieses nicht testen finde ich auch ganz komisch irgendwie bei ganz vielen leuten die dann wirklich darum kämpfen müssen getestet werden ich meine die tests werden ja aufgestockt ne aber es ist schon es ist schon ganz komisch meinst du wir können nächstes jahr wieder auf rammstein aufs rammstein konzert gehen bis august dürfen wir nicht hatte lindemann nicht auf der intensivstation und wäre fast gestorben also ich glaube es hat weniger mit corona zu tun als das wie es lindemann dann geht und ob der sich noch mal auf eine bühne stellt mein papa 76 nervig ja echt drücken die daumen sophie das ist alles semi lord 99 dankeschön für die 1500 bits ein kleiner tierpark in meiner nähe ist pleite wegen corona da er sich nur durch spenden und eintrittskälter finanziert also das als letzten ausweg sieht der verein nur noch das schlachten der tiere vielleicht hat jemand ein paar euro über jede spende zählt infos dazu für den tierpark neuen münster einfach mal googeln danke für eure aufmerksamkeit danke elena für sein ich jetzt auch viel gesehen aber dürfen zoos nicht ab dem zwanzigsten wieder aufmachen also nächste woche montag was auch übel frühes finde ich für so ein zoo ist was ich meine das ist dann schon hatte auch symptome wurde aber nicht getestet weil ich nicht krank genug war muss man alles nicht verstehen das ist echt ja solange du dann irgendwie einfach zuhause bleiben konntest dann zuhause bleiben das problem ist dass es auch mitarbeiter gibt die im außen also im reiseverkehr wo alle das ist echt echt schwierig siehst du bewusst kein adidas mehr an ja und ich habe recht sehr viel adidas sachen ich habe das momentan alles so auf einen haufen sortiert und bin ich ganz sicher wie damit wieder mit umzugehen ist ich meine das ganz komisch Frau hat ihr hat ihr ihr ja ja